so hallo zusammen hier ist wieder euer spartacus und wir spielen heute eine runde carnegie solo das habe ich in den letzten tagen ein paar mal gestreamt und habe mir jetzt gedacht da machen wir nochmal komplett separates video zu damit ich mich das war mein problem bei einem der letzten streams nicht von eurem chat ablenken lasse das ist mein thema denn die chats sind ja sehr spannend und dann lasse ich mich ablenken und da denke ich damit ich vernünftiges video und let's play machen kann machen wir das ohne chat machen wir ein ruhiges video dazu ich habe noch nicht alles aufgebaut ein bisschen was habe ich vorbereitet aber wir gehen die letzten schritte des soloaufbaus durch falls ihr das spiel noch nicht kennt dass ihr das wenigstens mal gesehen hat worum geht es ganz grundsätzlich andrew carnegie waren wirtschaftsmogul in den usa zu ende des 19 beginn des 20 jahrhunderts und es geht jetzt im wesentlichen darum dass wir hier unten eine ein unternehmen haben mit einer handvoll abteilungen die wir vorgegeben bekommen haben und einigen die wir ausbauen können und wir müssen jetzt aktionen ausführen um das unternehmen aufzubauen in den usa projekte zu unterstützen zu finanzieren dass das so seht ihr hier die karte es geht auch um das weiterentwickeln des transportwesens und um spenden denn andrew carnegie war auch ein sehr großzügiger spender und auch das ist hier thematisiert und letztlich geht es darum punkte zusammen das ganze machen wir im solo spiel gegen einen bot den wir auch gleich noch aufbauen und wir schauen uns das einfach an was wir noch tun müssen also die regeln erkläre ich euch dann im einzelnen wenn wir daran vorbeikommen aber wir haben hier oben rechts in der ecke seht ihr das schon vorbereitet eine aktionsfeld eine leiste beziehungsweise sind es vier leisten die untereinander liegen und die setzen sich zufällig zusammen und und zwar aus vier feldern die wir ungefähr hier haben die wir zufällig zusammensetzen und die wir dann einfach kombinieren und dann schauen wir mal was dabei rauskommt so das ist jetzt unser aktionstableau was da im einzelnen passiert erkläre ich euch gleich das macht man auch im mehr personen spiel diese vorbereitung die anderen kommen weg dann im solo spiel ganz wichtig da müssen wir einige dieser freien projekt felder blockieren um das spielfeld etwas enger zu machen und das passiert indem man die solo karten verwendet um auszufinden welche felder blockiert werden und zwar haben wir dazu 18 spielsteine einer nicht verwendeten farbe und ich nehme hier mal weiß als nicht verwendete farbe und diese 18 spielsteine müssen wir platzieren und nach welchen regeln wir das tun ist relativ einfach wir mischen dieses solodeck drehen die oberste karte um legen einen stein auf dieses spendenfeld das muss uns jetzt nicht kümmern was das genau tut es blockiert jetzt aber einfach für alle anderen ist dieses spendenfeld jetzt nicht mehr zugänglich und dann blockieren wir auch noch die bauprojekte chicago und omaha sind hier aufgebaut aufgeführt also jeweils das oberste feld oder von oben links angefangen chicago omaha ist hier nächste karte das machen wir so lange bis alle 18 weißen plättchen verbaut sind dann ist das eine spende bei den industrieprojekten das ist hier und wir bauen in vier städten das ist albany new york washington und pittsburg dann haben wir eine spende bei den warenwürfeln wir bauen ihn noch mal in pittsburg und noch mal in new york dann haben wir eine spende da oben die vierte karte dann haben wir fargo und st paul und dann haben wir noch eine karte das dürfte jetzt die letzte sein da ist die fünfte spende und wir haben portland oregon wo aus idaho und la so jetzt haben wir 18 weiße marker eingebaut auf zufällige art und weise die uns und auch den bot einige felder unzugänglich machen und das erschwert oder verengt das spiel im vier personen spiel braucht man das alles nicht deswegen muss man aber beim zwei personen und drei personen spiel muss man das tun bei zwei personen sind es eben 18 felder die blockiert werden in der sommer dafür sind in diesem falle fünf spenden felder und dazu dann 13 bauprojekte so und dann haben wir hier abteilungen einen ganzen stapel 16 stück und die hälfte davon ist auch im solospiel nicht zugänglich das heißt ich nehme jetzt hier genau die hälfte dieser abteilung ohne mir das anzuschauen packe eine hälfte rüber die verwenden wir gleich die andere hälfte kommt einfach mal weg die kommen platz suchen und diese abteilungen lege ich jetzt aus und zwar haben hat jeder abteilung auch eine zuordnung nach personal verwaltung bauprojekte und forschung und entwicklung und diese zuordnung ist oben in der abteilung immer aufgezeichnet und die haben eine nummer und dann sortiere ich sie in dieser reihenfolge von oben nach unten und dann in der nummern folge aufsteigend das ist die erste abteilung das ist die vierte die kommt dann dahin die dritte da die vierzehnte ist ungefähr hier die 13 ist da die 2 ist da da haben wir sogar alle einmal es gibt jede abteilung zweimal im ganzen spiel 5 6 7 ist dann da die 16 ist die letzte dort das noch mal die 1 noch mal die 16 die 14 hatten wir eben schon die 3 ist noch mal da ok aber viele personalabteilungen dafür haben wir weniger von den anderen 10 und die 11 und dann haben wir noch mal die 5 das heißt wir haben hier ein raster von 16 möglichen abteilungen und alle die die wir jetzt zufällig ausgewählt haben sind hier aufgebreitet und die können wir später in unseren projekten oder in unseren unternehmen mit einbauen bis was der bot tut das nicht sondern wir müssen das tun wir können das tun der bot kann uns aber diese abteilungen klauen so was müssen wir noch tun das ist ein auswahlmarker der kommt hier dazu zu den aktionen hier haben eine lokomotive wir haben selbst 30 steine müssen wir gleich noch ein paar einsetzen aber erst mal bereiten wir unser unternehmen vor unser unternehmen hat fünf abteilungen und einen empfangsbereich da kommen neue mitarbeiter immer rein und werden dann auf die abteilungen verteilt und hier rechts seht ihr projektentwicklung schuber sind das das sind nämlich einschübe in diesem dreifach layer bord auf der rückseite gibt es nichts aber dazwischen ist dann ein schuber und da kann man diese schieber hier auf zwei seiten einschieben und dann damit spielen und je nachdem wie weit die raus geschoben sind desto mehr möglichkeiten für projekte und einkünfte oder wertvolle einkünfte habe ich auch aber eben auch teurer diese projekte entsprechend zu entwickeln und zwar sind das hier einmal wir nehmen jetzt auf es gibt zwei seiten auf diesen leisten a und b die b seite macht es etwas anders zu spielen habe ich noch nicht gespielt wir nehmen auch einfach mal aus dem grundspiel praktisch empfohlen mit den a leisten anzufangen mit den a seiten und schieben die einfach rein und was das im einzelnen sind das sind infrastrukturprojekte die man dann mit der zeit entwickeln und dann auch in dem in den usa finanzieren kann das sind industrieprojekte das sind finanzprojekte das ist dollar zeichen und das sind immobilienprojekte und von diesen immobilienprojekten da kriegen wir auch schon die möglichkeit eines kommt da unten ein marker drauf theoretisch zu finanzieren zu bauen kommen wir gleich zu und auch bei den finanz- und industrieprojekten können wir das ebenfalls tun ein immobilienprojekt können wir gleich noch besetzen was müssen wir noch tun bevor ich das vergesse gucke ich noch mal lieber nach in dem aufbau wir kriegen vier warenwürfel das sind waren und zwölf geld zwölf geld habe ich mir schon genommen das ist einfaches das sind pappmarker letztlich völlig ausreichend was haben wir noch wir setzen zehn mitarbeiter figuren ich kriege mir mal die anleitung etwas zur seite zehn mitarbeiter figuren wir haben etwas mehr wir haben glaube ich 15 36 19 ja wir haben 15 aber zehn davon kriegen wir praktisch in unseren empfang und setzen einen auf jede der startabteilungen die wir haben und zwar stellen wir ihn aufrecht hin das heißt er ist aktiv und kann etwas tun die anderen fünf ihr seht in dieser abteilung ist einer fest eingemalt unterstellen wie in unseren neuen dazu daneben dran und jede abteilung hat maximal drei plätze so dann aber das gemacht dann haben wir unsere scheiben davon haben wir drei hier auf die projekte gelegt jetzt muss ich mal niesen moment entschuldigt so wir haben unseren punktemarker brauchen wir natürlich auf den transport leisten in den verschiedenen regionen der usa süden westen mittlerwesten und osten fangen wir auch mit null punkten an unsere punkte leiste ist bei null da haben wir unsere scheiben platziert und die anderen das müssten jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 scheiben sein genau dann bleiben 22 schreiben über das ist unser persönlicher vorrat genauso wie die fünf potenziellen mitarbeiter die wir neu kriegen können so dann haben wir die abteilungen aufgebaut an staatsspieler müssen wir bestimmen aber das ist im solospiel immer der menschliche spieler also ich in diesem falle und dann können wir eine unserer scheiben von dem wohnprojekten von den immobilienprojekten auf ein beliebiges wohnprojekt fällt einer mittleren oder großen stadt auf dem spielplan setzen wohnprojekt felder sind immer die mit dem haus symbol das seht ihr an mehreren großen standorten ihr seht aber auch industrieprojekte infrastrukturprojekte oder finanzprojekte so und ich wähle jetzt mal chicago als gelber spieler der bot beginnt damit nicht und wir wählen was habe ich noch ich darf eine der ausliegenden abteilungen auswählen denn das wird dann die sein die ich zuerst werde bauen müssen und da hat es sich für mich ganz gut herauskristallisiert dass ich entweder diese oder diese baue erkläre ich euch gleich was die tun ich nehme mir mal die hier geht auch ich nehme mal diese die lege ich hier daneben und dann kann es mal ein bisschen höher schieben ich glaube auch hier unten gleich etwas platz noch so jetzt habe ich eine abteilung gewählt das ist wird die erste sein dich bauen muss wenn ich denn baue jetzt kann ich meine mitarbeiter die im empfang sind noch um sechs schritte in summe auf den abteilungen bewegen also die abteilungen ausbauen und zwar muss ich orthogonal gehen das heißt ich nehme mir einen dieser inaktiven mitarbeiter deswegen liegen die und die aktiven stehen nehme ich und setze ihn zum beispiel nach hier dann habe ich einen schritt ausgegeben und hier habe ich noch einen schritt ausgegeben dann gebe ich hier noch einen schritt aus das sind dann in der summe drei dann gehe ich bis mit dem hier zwei schritte orthogonal dahin sind dann fünf und mit ihm hier gehe ich noch einen schritt sind dann sechs warum gehe ich hier auf eine leere abteilung da kann ich dann gleich etwas günstiger eine neue abteilung einrichten auf dieser stelle und das wird dann diese hier sein ok jetzt kann ich diese mitarbeiter aktivieren das heißt ich muss geld dafür bezahlen um sie hinstellen zu dürfen damit sie dann auch wirklich arbeiten können bei dem hier brauche ich das nicht da steht kein preis drunter das heißt ich kann das einfach tun bei dem hier kann ich das nicht tun da gibt es keine abteilung bei ihm hier muss ich das tun das würde fünf geld kosten und bei den beiden hier könnte ich es auch tun das würde jeweils drei kosten das macht in der summe elf und ich habe zwölf startgeld bekommen das heißt das kann ich mir erlauben alle drei mitarbeiter hier zu aktivieren und kann dann elf geld bezahlen dann bleibt bei mir einer übrig der bot bekommt kein geld keine mitarbeiter keine abteilungen die kann er dann nur aus der auslage klauen aber er hat alle seine scheiben zur verfügung und nutzt die auch ganz fleißig und sammelt damit erhebliche mengen von punkten wir werden schauen ob wir das hinkriegen so was haben wir noch zu tun jetzt kommt der teil für den solo part den der den wir für bot machen müssen wir werden einen schwierigkeitsgrad wählen der sich normal nennt und normal heißt aus diesen 20 startkarten nehme ich 1 2 3 4 5 raus und nehme von den anspruchsvolleren karten da weiß ich nämlich nicht was das für aktionen sind die da drin sind 1 2 3 4 5 mit in das deck rein kommen auch raus und jetzt wird alles fleißig gemischt und damit haben wir einen schwierigkeitsgrad normal auf dem habe ich übrigens noch nicht gewonnen mal gucken ob das heute geht die schwierigkeitsgrad einfach hieße dass ich tatsächlich keine anspruchsvollen karten dazu nehme sondern mit den startkarten beginnen aber das machen wir nicht dann lege ich das hier hin dann gibt es für den bot ein paar lage positionsfelder für die karten sind das das sind hier 1 2 3 4 5 stück die bezeichnen auch eine gewisse menge von siegpunkten die der bot eventuell bekommen kann und die lokomotive das ist die markierung welcher spieler an der reihe ist die kommt auf die linke seite weil ich als menschlicher spieler beginne und dann habe ich meines erachtens alles getan ich gucke noch mal durch wir haben die blockade felder gemacht für den neutralen spieler andrews farben also der bot heißt andrew carnegie also gegen andrew selber spielen wir es ist ähnlich gemacht wie bei kanban iwi wo wir als gegner wenn wir das solospiel spielen auch einen bot namens vita laferda haben und ein zweiter david torchi so aufbau der serie zeitplan marker ok also natürlich müssen wir auch für andrew die punktescheiben platzieren das habe ich vergessen denn auch er kann uns macht zwar da kein geld und keine punkte aber er kann uns natürlich teilweise das jeweils letzte feld dieser leiste blockieren denn da darf nur ein spieler stehen so und jetzt machen wir folgendes das solospiel beginnt indem ich die erste karte von andrews bot hier hin lege auf den null punkte teil aber ich bin dran ich kann jetzt eine aktion wählen ich muss mich dafür entscheiden ob ich personal verwaltung bauen oder forschung mache ich sehe was andrew als starke aktion hat das sehe ich hier auf der rückseite und ich weiß was er als nächstes wenn er dran sein wird dran sein wird machen wird nämlich bauen das heißt ich kann jetzt schon sehen dass wir hier jetzt am besten nicht forschen und entwickeln machen sollten weil da kriegt er richtig viele punkte und als nächstes wird er bauen machen und darauf sollten wir uns vielleicht vorbereiten wobei wir das vielleicht in diesem falle gar nicht gut können wir werden sehen wobei ja ich habe das so entschieden machen wir so ich könnte jetzt zum beispiel wenn ich eine abteilung einbauen möchte könnte ich verwaltung machen wenn ich kann ich diese aktion nutzen von den abteilungen die ich im unternehmen habe und zusätzlich das was auf diesen feldern steht da kommen wir dann gleich zu ich überlege ganz kurz ich könnte also machen personal damit könnte ich diese abteilung hier nutzen und das heißt ich kann meine mitarbeiter bewegen ich habe aber ja hier möchte ich eine leere abteilung hinbauen etwas vergünstigt die möchte ich nicht bewegen und die anderen habe ich aktiviert wenn ich sie bewegen würde dann würde das würde das ganze dazu führen dass sie inaktiv sind das geld wäre also verloren was ich bezahlt habe für die aktivierung hätte ich den jetzt hier nicht aktiviert könnte ich ihn vielleicht noch mal bewegen aber so haben wir es nicht angefangen wenn ich bauen wollte könnte ich diese abteilung hier nutzen damit kann ich mitarbeiter in in die regionen entsenden um dort dann projekte zu entwickeln und zu fördern und wenn ich forschen entwickeln wollte würde ich diese drei jungs hier einsetzen die bleiben da aber stehen und könnte dann meine leisten weiterentwickeln oder mich auf den transport leisten weiterentwickeln da seht ihr hier auch dieses forschungs und entwicklungspunkte symbol die zahlen die das an die hier stehen geben hat an wie viele punkte man braucht um diesen schritt zu gehen das sind die vier aktionen die ich grundsätzlich wählen kann und dann eben immer die jeweiligen abteilungen die ich in meinem unternehmen habe dazu bauen wird er als nächstes machen eine bauabteilung gibt es auch zwei stück die hier und die hier die ist natürlich nicht schlecht wir machen mal folgendes ich werde ich werde einfach wir probieren das jetzt aus verwaltung machen dann lege ich den marker hier auf den nächsten schritt hinter diesem aktions marker lege ich jetzt den plan marker hin auf dem mittleren westen und schaue in den mittleren westen da habe ich keine mitarbeiter die hier irgendetwas gemacht haben in der vergangenheit die kann ich also nicht aus dem außendienst zurückrufen da passiert also gar nichts dazu kommen wir gleich was dann was dann folgt wenn man sowas macht können wir können wir aber jetzt nicht brauchen wir uns nicht anzuschauen dann werden wir uns überlegen dann kommt erst ein druck andrews zug genau und andrew hat das was auf dieser karte steht was er tun soll tun soll nämlich er nimmt sich eine abteilung aus dem bereich forschen und entwickeln und zwar fängt er davon links an und findet sich das erste was er findet das ist diese abteilung die nimmt aus der auslage weg und damit steht sie mir nicht mehr zur verfügung jetzt bin ich dran jetzt kann ich alles das machen was meine verwaltungs abteilungen ermöglichen ich kann also bei dieser abteilung und billiger reihenfolge kann ich das tun ich kann zum beispiel für einen warenwürfel das steht hier einen eine ab ein leeres abteilungsfeld wir bauen wo schon ein mitarbeiter drauf liegt ein inaktiver das kann ich hier tun es kostet mich einen warenwürfel gebe ich ab und ich kann noch eine zweite aktion machen denn hier stehen zwei mitarbeiter ich könnte jetzt für zwei warenwürfel einsatz und ich habe noch drei eine zweite abteilung aus der auslage nehmen und ebenfalls bauen müsste das aber auf ein feld tun wo kein mitarbeiter liegt deswegen kostet es zwei zwei würfel und ich werde das tatsächlich tun und zwar kann ich mir vorstellen vielleicht tja entweder forschen und entwickeln oder diese personalaktion da kriege ich nämlich neue mitarbeiter rein das ist auch ganz spannend wir geben die zwei würfel aus und nehmen uns diese abteilung und bauen die hier rein auf diese seite gut damit habe ich diese beiden aktionen ausgeführt ich habe jetzt noch eine weitere aktion ich habe zwar hier noch eine abteilung verwaltung aber der mitarbeiter ist inaktiv das heißt er kann jetzt nichts tun ich muss also jetzt mal schauen was ist noch aktiv das ist dieser hier den kann ich jetzt auf einen außen einsatz schicken und bekomme dafür entweder sechs geld oder zwei warenwürfel ne wisst ihr was wir machen das anders ich nehme den wagenwürfel nochmal zurück die zwei die mich das gekostet hat und die lag hier wir machen das folgende ich gehe jetzt und auch den nehmen wir noch mal zurück ich muss diesen zug noch mal zurück abwickeln denn ich kann wenn ich abteilungen wählen muss ich immer erst alles ausführen was in den abteilungen geht ich kann nicht noch mal zurück wechsel ich kann nicht erst hier was tun dann da was tun dann da was tun also muss ich hier anfangen das heißt ich werde diesen mitarbeiter und ich erkläre ihr seht gleich warum ich werde diesen mitarbeiter entsenden und mir zwei warenwürfel holen aber wohin entsende ich ihn ich kann ihn an diese vier stellen entsenden also in die vier regionen westen mittlere westen osten und süden und dort ist er dann erstmal im außen einsatz und wenn dann ein eine entsprechende region markiert wird kann ich ihn wieder zurück rufen was würde denn als nächste region drankommen können der osten könnte drankommen dann der osten hier hier käme eine spende das ist keine region und hier käme der süden wir werden ihn mal in den osten schicken ob das jetzt was direkt bringt werden wir dann sehen wenn es passiert und damit kriege ich zwei warenwürfel so denn was ich jetzt machen kann jetzt kann ich bauen und zwar auf diese abteilung der erste den ich baue ist das hier für einen warenwürfel und jetzt möchte ich für zwei warenwürfel etwas bauen und zwar diesen zusätzlichen empfangs bereich den möchte ich gerne hierhin bauen der kostet aber zwei warenwürfel extra deswegen brauche ich die zwei von anfang von der anderen abteilung so und jetzt habe ich nämlich die möglichkeit die mitarbeiter die neu wieder zurückkommen aus dem außendienst hier zu platzieren und dann haben sie kürzere wege hier in die bereiche hier oben mal gucken ob das funktioniert so jetzt ist mein zug fertig ich kann keine weitere aktion machen ich habe ja hier keinen dritten arbeiter stehen deswegen kann ich keine dritte abteilung bauen und ich habe natürlich auch nur noch einen warenwürfel das würde auch nicht funktionieren also ist mein zug fertig jetzt kann ich mitarbeiter die inaktiv sind aktivieren das mache ich mit diesem hier der kostet mich auch nichts da steht da gut dann sind sind wir mit meinem zug fertig andrews zug war fertig was passiert jetzt jetzt ist die aktion beendet der marker rückt vor die karte hier ist erledigt kommt hier drunter und die nächste karte kommt dran und die lokomotive wird versetzt jetzt ist aber andrew am zug und damit entscheidet andrew was passiert und zwar passiert jetzt bauen dann drehen wir das feld um und wir sehen hier bauen ist ein spendenfeld ein spendenfeld heißt andrew spendet eine marke und das sehen wir hier oben wohin er spendet auf das infrastrukturprojekte vier punkte das ist hier oben ich könnte jetzt auch eine spende entrichten das würde mich und da steht hier auf dem plan fünf geld kosten die habe ich nicht das heißt ich kann nicht spenden das ist tatsächlich so dass in den ersten runden das spenden praktisch nicht möglich ist wenn man das geld nicht hat so das ist damit ist die spendenseite abgewickelt jetzt nimmt andrew seine aktion bauen und das ist in diesem falle weil es seine ausgewählte aktion ist auch seine starke aktion und baut in vier städten die sind aufgeschrieben hier unten auf der karte eins zwei drei vier und zwar in cincinnati in duluth in st louis und er baut immer und in kansas city und er baut immer von oben links das sieht spannend aus ihr seht auf den städten siegpunkte und ihr seht auf 1 2 3 4 städten auch noch solches ketten solche ketten symbole die würden uns zusätzliche punkte bringen die sind da oben markiert und das bringen das kriegen wir aber auch nur wenn wir diese städte miteinander verbinden durchgängig und nicht einfach nur dort überall projekte haben sondern auch auf den städten dazwischen wir müssten also noch in pittsburg was bauen um dann rüber nach new york zu kommen und dann entweder von new york nach new orleans runter oder von chicago nach new orleans runter auch noch was bauen denn über pittsburg kommen wir hier nicht mehr runter über cincinnati und dann natürlich noch nach westen also man müsste viel bauen um das ganze voll zu kriegen um diese punkte zu kassieren so aber enro hat seinen zug gemacht jetzt sind wir dran mit bauen und wir können nur das hier tun wir können einen mitarbeiter einsetzen um für einen oder zwei warenwürfel eines dieser projekte was einen oder zwei warenwürfel kommt tatsächlich in eine region zu bauen und das können wir uns überlegen was wir denn tun wollen wir haben tatsächlich nur einen warenwürfel können uns also nur ein projekt leisten und zwar dieses hier ein finanzprojekt und wo können wir finanzprojekte unterbringen das könnten wir in kansas city das wäre vielleicht nicht schlecht das ist direkt verbunden mit chicago von hier aus kommen wir im worst case auch rüber über dallas und houston nach new orleans und wir kommen von hier aus rüber auch noch nach san francisco hier rüber kommen wir jetzt im moment nicht mit finanzprojekten und auch in san francisco können wir kein finanzprojekt entwickeln dann werden wir diesen mitarbeiter in den mittleren westen schicken und in kansas city ein finanzprojekt unterstützen und dadurch werden hier zwei geld frei was die bedeuten gucken uns gleich an wenn es soweit sein wird das ist aber das einzige was ich hier machen konnte jetzt kann ich mitarbeiter aktivieren brauche ich nicht alle möglichkeiten sind aktiviert damit rutscht er weiter und die karte ist abgearbeitet kommt hier unten drunter die nächste karte kommt die lokomotive kommt rüber ihr seht der bot das relativ unkompliziert zu handhaben wir gucken wir sehen sicherlich auch gleich die möglichkeiten was so alles passieren kann so ich bin dran ich wähle also die aktion und ich wähle den süden und zwar forschen entwickeln hier im süden stehen auch keine mitarbeiter wir gucken uns an was andrew macht forschen und entwickeln er geht zwei schritte vorwärts auf der transport leiste im westen das heißt er geht auf dieser leiste 12 felder weiter sein ziel ist es bis hier nach oben zu kommen und mir dieses feld zu blockieren da darf ja nur einer stehen ansonsten kriegt er dort keine punkte oder sonst was das hat er gemacht wir sind dran forschen entwickeln haben wir eine abteilung da haben wir für jeden aktiven mitarbeiter bekommen wir drei forschungs und entwicklungspunkte das macht zusammen neun und jetzt haben wir mehrere möglichkeiten wir können auf jeder dieser transport leisten forschungs- und entwicklungspunkte ausgeben um die unsere marke dort weiter zu schieben das kann durchaus sinnvoll und interessant sein insbesondere jetzt zum beispiel für den osten weil wir sehen es als nächstes kommt der osten auf jeden fall dran um dort entsprechend geld oder mitarbeiter oder sonst was zu erwerben das könnten wir vielleicht tun drei fünf sieben bis dahin vielleicht nur bis dahin um einen neuen mitarbeiter zu bekommen das wäre auch noch eine überlegung ja wir geben hier fünf punkte aus um hier einen neuen mitarbeiter zu bekommen jetzt habe ich noch vier punkte vier forschungs und entwicklungspunkte übrig und jetzt schaue ich mal hier ich kann nämlich auch diese leisten weiterentwickeln und wenn ich vier punkte übrig habe dann kann ich die doch ausgeben hier zwei und hier einen und noch einen damit habe ich vier forschungs- und entwicklungspunkte ausgegeben und habe jetzt neue felder freigeschaltet auf die jetzt marke kommen das sind wieder projekte die ich bauen kann in diesem falle immobilienprojekte und finanzprojekte war das sinnvoll ich brauche hier ein industrieprojekt nein hier ist es egal da ist ein finanz da sind finanz oder immobilie frei hier brauche ich ein industrieprojekt da brauche ich ein immobilienprojekt und da ist es noch egal ja das passt das sollte für das erste gehen und damit habe ich meine forschungs- und entwicklungspunkte alle ausgegeben kann nichts mehr tun kann keine mitarbeiter aktivieren er kommt durch die karte ist abgearbeitet wird hier umgesetzt die nächste karte kommt da geht es los und android dran ihr seht von der mechanik her ist das mit dem bot relativ einfach immer nur die lokomotive immer auf die andere seite wechseln was die was den start spieler für die runde bezeichnet und die marke rutschen vor und das spiel ihr werdet es erahnt haben endet wenn alle marker hier angekommen sind es gibt dann noch eine kleinigkeit was passiert wenn ein marker angekommen ist und diese aktion gewählt wird das sind aber das ist geregelt das funktioniert letztlich ist nach zwanzig runden schluss und in jeder runde ist ein anderer start spieler dran wir haben hier zwanzig karten von endro spot das sind zwanzig aktionen und dann ist ende und dann wird gewertet und während der aktionen während der runde entstehen relativ wenige siegpunkte die meisten siegpunkte werden in der entwertung verteilt das heißt es ist relativ schlecht absehbar wer führt gerade so endro ist dran er wählt die personalaktion das heißt wir wählen das hier und jetzt kommen wir zum ersten mal so weit dass wir sagen wir können aus dem osten einen mitarbeiter zurückrufen aus dem außendienst und das machen wir auch was passiert dann wenn wir ihn zurückrufen für jeden mitarbeiter den wir hier haben und zurückrufen bekommen wir das was hier auf dieser transport leiste so nennt die sich an punkten angegeben ist in diesem fall ist es ein neuer mitarbeiter so der kommt aus unserem vorrat dazu in einen empfang und ich werde einen davon in diesen empfang legen und einen in diesen empfang und was jetzt noch kommt ich bekomme von auf den projekt leisten die hier habe in meinem unternehmen die dinge die sichtbar freigeschaltet sind und das sind hier zwei geld die bekomme ich auch jetzt sind wir damit durch und jetzt kommt erst endro dran mit seiner personalaktion und seine personalaktion heißt in diesem falle relativ einfach schiebe diese karte drei felder weiter und damit ist gemeint dass er jetzt sechs siegpunkte für die entwertung sich gut damit geholt hat mit diesem einen zug und wir sind dran mit unserer personalaktion wir haben hier diese abteilung dafür und die sagt uns dass wir für jeden aktiven mitarbeiter den wir hier haben drei bewegungsschritte in unserem unternehmen ausgeben können wir haben zwei inaktive mitarbeiter die wir bewegen können und auch sollten da werde ich diesen hier mit einem schritt dem hier mit den hier mit zwei schritten bewegen und und alle anderen lassen wir stehen und dann gehe ich diesen aktivieren das kostet mich nichts und ich aktiviere ihn hier das kostet zwei das ist immer das ende eines zuges dass dann inaktive mitarbeiter in den abteilungen aktiviert werden können gegen entsprechende zahlung damit ist auch dieser zug vorbei nächste karte die wird natürlich umgedreht und wir sind bei endrus starke aktion forschen und entwickeln dann sollten wir die jetzt nicht machen wir sollten jetzt schauen was wir noch anderes machen können tja wir haben nur einen warenwürfel die können wir uns aber hier holen um dann wieder hier zu bauen dann lasst uns das doch mal tun ich werde diesen mitarbeiter entsenden in den osten und hole mir dafür drei warenwürfel und dann werde ich den zweiten mitarbeiter ebenfalls entsenden und ich frage mich ob ich mir dafür warenwürfel wohin entsenden wir ihn den schicken wir ebenfalls in den osten ja und holen uns noch mal drei warenwürfel denn die warenwürfel möchte ich jetzt ausgeben indem ich diese abteilung benutze die zwei jungs hier ich kann also zwei bauaktionen machen da ich keine inaktiven mitarbeiter auf leeren feldern liegen habe kostet mich jede aktion zwei warenwürfel die habe ich und ich kann damit zwei abteilungen bauen die baue ich natürlich da wo ich sie gut erreichen kann mit wenigen bewegungsschritten und ich muss mir anschauen welche abteilungen ich nutzen möchte es wird einmal diese hier sein die kommt hier oben hin zwei warenwürfel und vielleicht sollten wir uns auch noch ein bisschen mehr um forschung und entwicklung bemühen oder ums bauen vielleicht machen wir das mit dem bauen dann können wir hier oben noch eine abteilung hin bauen ihr seht ich baue die jetzt um den neuen empfang herum dann sind die nämlich sehr sehr schnell erreichbar damit habe ich zwei bauaktionen ausgeführt für zwei abteilungen ich werde glaube ich nicht weiter bauen mal gucken das müsste jetzt eigentlich genug sein und damit muss ich versuchen klar zu kommen damit ist aber ähm Moment mal ja ich habe ja das wieso baue ich gerade ja ich habe gesagt ich will bauen richtig die habe ich aber jetzt erst entsendet die konnte ich nicht zurückrufen so rum dann fällt mir der Marker natürlich dahin ähm wir müssen aber erst gucken was er macht das war ja blöd der nimmt sich eine aus forschung und entwicklung das heißt ne die hat er mir das ist die hier ich habe ihm die nicht weggenommen sonst hätte ich die wieder zurückgeben müssen mein fehler erst wäre immer Andrew dran ich habe jetzt gebaut damit ist das hier fertig und das war's jetzt ist Andrew dran Andrew wählt jetzt wieder bauen ja eventuell könnte ich das auch nochmal tun die beiden hier bebauen oder dahinter da hin und dahin das sind jeweils maximal immer zwei Schritte mal gucken ähm aber Andrews Bauaktion ist jetzt die erste das heißt er wählt wieder das hier das ist jetzt ein Spendenfeld ein Spendenfeld heißt er spendet auf das für 5 Geld das ist eine besetzte Spende da kann er nicht drüber bauen und das heißt da er das nicht kann setzt er die Scheibe auch nicht ein aber seine Karte rutscht um einen Platz weiter nach rechts das heißt er bekommt einen Punkt dafür dass er das nicht kann und dann nimmt er sich drei Abteilungen aus dem Bereich Forschen eins zwei drei das kann er tun damit hat er die letzten Abteilungen geklaut jetzt darf ich nochmal bauen das will ich aber in diesem Falle gar nicht mehr oder will ich das nochmal wir schauen mal was noch an Abteilungen da ist ähm eine Personal Bereich sind noch drei Abteilungen da das will ich nicht das will ich auch nicht wir könnten ja nochmal für zwei Würfel schauen dass wir diese Abteilung hier ne die haben wir ja schon dass wir diese Abteilung nochmal bauen mal gucken ob sie uns noch was bringt ob wir sie werden einsetzen können es gab keine Region aus der wir etwas zurückholen könnten ich kann keine Mitarbeiter aktivieren dann ist das auch rum wir checken mal eins zwei drei vier fünf sechs Aktionen sind ausgeführt eins zwei drei vier fünf sechs Karten liegen hier noch ist alles gut dann kommt jetzt die siebte Aktion und ich bin wieder dran das passt auch ist eine ungerade Zahl und zwar muss ich jetzt wählen was wir machen ich könnte jetzt Mitarbeiter bewegen dann habe ich die zwei hier die ich nicht mehr brauche die ich bewegen kann ich kann aber auch einfach mal Forschen und Entwickeln machen weil ich dann auch zwei Mitarbeiter zurückkriege aus dem Osten das machen wir jetzt gucken wir was er macht was habe ich gewählt Forschen und Entwickeln er geht auf der Südleiste zwei Felder vor und wir können aus dem Osten diese zwei Jungs zurückholen bekommen dafür weitere zwei und zwei Geld die bekommen wir nur einmal aber hier bekommen wir das für jeden Mitarbeiter den wir zurückholen das heißt wir bekommen weitere zwei Mitarbeiter die setzen wir dahin die setzen wir glaube ich alle dahin ne zwei setzen wir hier hin und die zwei setzen wir dahin jetzt können wir Forschung und Entwicklung ausgeben da haben wir neun Punkte ich würde ja fast schon sagen wir müssen uns noch ein bisschen aufs Bauen vorbereiten und wir müssen im Mittwesten mal ein bisschen weiter gehen was haben wir denn hier eins vier sieben und bekämmen dann wenn wir den zurück bekommen zwei Waren Würfel eins vier sieben wären sieben Geld was man hier bekäme das ist ein sehr attraktives Feld aber das hier kostet auch drei Geld drei Forschungspunkte und wir haben nur neun in der Summe wir machen mal ne Mischung wir setzen hier mal ein zweiter und setzen eine Scheibe ein das sind drei dann haben wir noch sechs Punkte und die sechs geben wir aus hier sind fünf noch zwei jetzt haben wir noch zwei Punkte die geben wir aus meinetwegen mal hier im Süden ja so Mitarbeiter aktivieren kann ich jetzt nicht da geht es weiter die Karte kommt rum die Lok geht rüber seine Karte kommt und wir wissen nicht was er tut dafür müssen wir aufdecken er wählt tatsächlich auch Forschung und Inbieter das ist ein Spendenfeld das heißt er spendet wieder und zwar auf den Westen und er geht vier Schritte auf der West Transportleiste das sind eins, zwei da er jetzt nicht weiter kann verfallen diese Schritte nicht sondern dafür kriegt er meines Wissens Punkte ja ist so das heißt seine Karte rutscht weitere zwei Schritte nach rechts so jetzt können wir wieder neun Forschungs- und Entwicklungspunkte ausgeben da haben wir genug liegen glaube ich im Moment das heißt wir geben jetzt mal hier ein bisschen aus wir machen eins vier fünf neun ja was wir jetzt haben ist wir haben in allen Transportleisten die Ära der Lokomotive erreicht genau und das hat auch etwas zu bedeuten wenn wir denn die Städte miteinander verbunden kriegen dann gibt es entsprechend mehr Punkte aber ob wir das hinkriegen ist noch nicht ganz klar ähm wir haben die Punkte ausgegeben die Spende können wir nicht machen weil wir kein Geld haben immer noch nicht und wir sind wieder dran Verwaltung Verwaltung möchten wir nicht machen das wäre jetzt eine starke Aktion wollen wir auch nicht wir wollen machen Personal im Süden da passiert nichts aber jetzt können wir ähm wir haben im Moment nur eine aktive Personalabteilung das sind die hier neun Schritte mit Personal mit Menschen gehen ähm dazu werden wir eins zwei drei vier die Felder besetzen die können wir nicht aktivieren weil wir kein Geld haben das ist ein Problem wir müssen mal gucken was wir damit tun können oder lassen wir das wartet mal was können wir denn noch tun um Geld zu bekommen da können wir gerade gar nichts tun nein dann können wir die auch bewegen ähm dann werden wir das waren vier Punkte dann werden wir hier einen hinschicken und da einen hinschicken fünf, sechs und der Rest entfällt so was können wir aktivieren ihn können wir aktivieren ihn können wir auch aktivieren denn da haben wir noch ein Geld für die beiden hier können wir noch nicht aktivieren wir müssen nochmal gucken was er macht ähm er nimmt sich aus ähm was haben wir gesagt Personal er geht mit der Karte hier zwei vorwärts das heißt das hat uns nicht beeinträchtigt wäre eigentlich zuerst dran gewesen dann sind wir aber durch wir haben Personal entwickelt ähm das rutscht weiter die Karte rutscht rüber Andrew Welt Verwaltung Verwaltung ist hier ist auch wieder der Süden da haben wir keinen Verwaltung heißt er nimmt sich drei aus dem Personal eins, zwei, drei das hat geklappt wir sind dran mit Verwaltung und da haben wir im Moment zwei besetzte Abteilungen die beiden ah Moment ich bin ja blöd ich hatte eben eins, zwei, vier, fünf, sechs Schritte ich habe noch drei Schritte übrig aus der Personalaktion die beiden hier brauche ich nicht mehr ich will nicht mehr bauen drei Schritte habe ich über da kann ich einen noch nach hier schicken und auch aktivieren und einen habe ich jetzt noch zwei Schritte übrig kann ich hier hoch schicken aber den kann ich nicht aktivieren das heißt ich habe das Feld leer gemacht genau so jetzt kommt er mit der Verwaltungsaktion und dafür kann ich dann nur noch diese beiden einsetzen und kann mir jetzt auch wieder einmal Geld holen und einmal ähm Warenwürfel das machen wir auch wo setze ich die beiden ein da ist der mittlere Westen da ist der Westen dann setze ich einen im Westen ein und hole mir dafür acht Geld acht Geld und einen setze ich ein im mittleren Westen nochmal und bekomme dafür nehme ich mir mal drei Warenwürfel genau das sind die beiden Verwaltungsaktionen die ich machen kann andere Verwaltungsabteilungen habe ich nicht besetzt jetzt kann ich wieder Mitarbeiter aktivieren und jetzt kosten mich die hier zwei vier sechs Geld gebe ich die wieder aus jawohl jetzt kann ich nämlich auch dreimal bauen wenn gleich gebaut werden sollte damit rutscht das hier weiter die Karte wird umgedreht die neue wird gewählt wir wissen nicht was eine starke Aktion ist wir sind dran wir hätten zwei Möglichkeiten wir könnten eigentlich bauen bauen wäre und damit Projekte entwickeln das ist ja das was wir eigentlich wollen ja lass uns das mal machen wir werden im mittleren Westen oder wir werden jetzt bauen und damit den mittleren Westen auslösen machen wir gleich erst ist aber seine Aktion dran bauen ist nicht seine starke Aktion er baut in New Orleans und Atlanta New Orleans und Atlanta da werden wir schauen was wir machen wir schauen im mittleren Westen da holen wir zwei Arbeiter zurück setzen die hier oben auf den Empfang ja vielleicht einen hier unten und bekommen die Belohnung und zwar zweimal drei Forschungspunkte das sind also sechs Forschungspunkte die können wir sofort ausgeben wo wollen wir das denn das sind sieben bis dahin das sind acht bis dahin das sind acht bis dahin da sind es fünf also können wir das nicht da drei wäre noch ein Immobilienprojekt ein Industrieprojekt was bräuchten wir denn wir brauchen bis nach hier noch eins zwei drei Projekte oder eins zwei drei eins zwei drei Projekte wir geben mal drei hier aus und wir sagen mal wir geben drei Punkte hier aus und setzen da noch ob es etwas hilft werden wir sehen so dann habe ich die zurückgerufen jetzt kann ich bauen bauen kann ich indem ich jetzt dreimal Mitarbeiter einsetze und dann eines der Projekte jeweils entwickle wir werden sehen was uns das bringt wir müssen noch nach New Orleans und wir müssen noch in den Westen und wir müssen noch nach New York ähm wir kämen jetzt mit drei Projekten am besten über Pittsburgh nach New York und dann hätten wir noch eins frei wir versuchen das mal also wir werden einen Mitarbeiter in den Osten entsenden und ein Immobilienprojekt wir nehmen uns immer von rechts die frei die nächste mögliche Scheibe ein Industrieprojekt in Pittsburgh unterstützen das kostet uns zwei Warenwürfel dann werden wir noch einen Mitarbeiter entsenden in den Osten und in New York ein Immobilienprojekt ein Wohnprojekt unterstützen das kostet uns einen Warenwürfel damit haben wir die beiden Städte schon mal verbunden dann werden wir jetzt was tun was tun wir könnten ja hingehen und entweder über St. Louis und Memphis nach New Orleans gehen oder über Dallas und Houston nach New Orleans das können wir versuchen wir machen folgendes wir nehmen den Jungen und setzen ihn nach in den Süden schicken ihn in den Süden und entwickeln ein Projekt hier in Dallas die Frage ist nur welches 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 ist es nicht eigentlich egal nein nein das sind die teureren wir haben die können wir nicht nehmen weil wir haben nur noch einen Warenwürfel wir bräuchten dafür zwei wir nehmen also eines dieser beiden Projekte wir nehmen ein Wohnprojekt setzen das hier hin und in Dallas seht ihr hier ein Ausrufezeichen mit der Transportleiste wir bekommen jetzt wo wir das tun einmal das was hier auf der Transportleiste als Ausrufezeichen angegeben ist ich muss noch mal nachschauen ob wir auch das bekommen was jetzt hier frei ist wir bekommen also auf jeden Fall diese sieben Geld das ist bei der Konstruktion also nur das was hier steht die sieben Geld die bekommen wir fünf sechs ich habe die Geldscheine hier nicht sortiert sieben so da sind wir wieder gut jetzt haben wir uns ein bisschen Geld geholt Mitarbeiter aktivieren kann ich nicht weitere Aktionen habe ich nicht im Bauen im Konstruktionsbereich also sind wir raus dann ist das gemacht Lokomotive auf die andere Seite seine Karte er macht forschen und entwickeln das heißt er setzt auf den Westen wir drehen um er geht dreimal auf der Transportleiste Osten eins zwei drei und wir sind dran aus dem Westen können wir ihn hier zurückholen und bekommen zwei Siegpunkte eins zwei aber auch das was jetzt hier frei ist nämlich noch einen Warenwürfel zwei Geld zwei Geld und hier kann ich noch ein Geld wäre das dritte und hier kann ich mir aussuchen noch ein Arbeiter oder noch ein Geld ich nehme noch einen Arbeiter das heißt den setze ich hier auf einen Empfang so jawohl dann dann haben wir jetzt Forschung und Entwicklung und wir können verwenden wieder neun Punkte hm wenn ich hier die acht verwende kämen wir auf zehn Geld mit wenn ich hier fünf verwenden würde käme ich auf drei weitere Warenwürfel ist auch nicht uninteressant aber ich kann im Moment nicht sowieso noch nicht bauen wir machen wir folgendes wir nehmen hier acht Punkte mit und bekommen sofort zehn Geld und den neunten Punkt gebe ich hier aus setze hier noch eine Scheibe hin um das Projekt später bauen zu können wenn es notwendig ist Mitarbeiter aktivieren brauche ich nicht kann ich im Moment nicht wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf Aktionen gespielt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf jawohl zwölf Karten liegen hier dreizehnte Runde ich bin dran eigentlich wollte ich jetzt Personal machen aber das ist jetzt seine starke Aktion damit rutscht seine Karte sehr weit nach vorne drei oder vier Aktionen ähm drei oder vier Schritte das heißt er würde sechs oder zehn Siegpunkte machen aber ich habe glaube ich keine andere Wahl ich weiß nicht was als nächstes von ihm kommt bauen kann ich nicht und ich muss Personal machen was anderes bleibt mir leider nicht das ist ein Spendenfeld wir werden sehen er spendet da bei Verwaltungsabteilungen und er rutscht mit der Karte durch das Personalaktionsfeld vier Felder nach rüber zehn Siegpunkte ja die können das vielleicht hinterher ausmachen oder auch nicht wir werden sehen ähm dann kann ich auch spenden weil es ein Spendenfeld ist und meine erste Spende würde mich fünf kosten das wäre jetzt meine erste die machen wir auch dann schauen wir mal wir haben eins, zwei, drei, vier Personalabteilungen das heißt wir könnten hier ganz gut spenden das wären vier mal drei Punkte sind zwölf das ist auch das Maximum was man aus Spendenfeldern rausholen kann also für die fünf Geld habe ich jetzt zwölf Punkte sicher das ist schon mal nicht schlecht so jetzt kann ich aber auch Personalaktionen machen und jetzt gucken wir mal wir fangen mit dieser Aktion hier an wir bringen den hier in irgendeinen Bereich sagen wir mal in den Westen oder mittleren Westen hm wir sagen mal mittlerer Westen ich glaube das spielt oder sagen wir Westen ist völlig egal eigentlich ähm so und dafür können wir uns einen neuen Mitarbeiter in einen Empfang legen das machen wir und das war auch der letzte neue den wir brauchen und jetzt habe ich weil wir haben jetzt keine weiteren potenziellen Mitarbeiter unser Haus, also unser Unternehmen ist jetzt auf voller Mitarbeiter Kapazität und jetzt habe ich entsprechend viele Bewegungsschritte ich kann ihn hier noch einsetzen für acht weitere Bewegungsschritte muss ich mal gucken ob wir das tun wir haben noch neun wir brauchen die drei Jungs setzen wir hier rüber das sind sechs Schritte ihn setzen wir rüber hier hin sieben und acht damit brauche ich eigentlich keine weiteren Bewegungsschritte ich setze ihn aber trotzdem ein um acht Geld noch zu holen den setze ich in den mittleren Westen und hole mir nochmal acht Geld wenn ich zwei Geld packe dann kriege ich zehn zurück jetzt muss ich die Mitarbeiter aktivieren das kostet mich hier nichts hier würde es drei und hier würde es sechs kosten sind in der Summe neun das heißt die zehn sind auch wieder weg damit habe ich die Aktion fertig die Lok kommt rum neue Karte er wählt wir werden sehen was er wählt er wählt nochmal Personal mittlerer Westen das ist kein Spendenfeld mittlerer Westen und er rutscht auch hier nach rüber unglaublich mittlerer Westen den kann ich zurückrufen was kriege ich zwei Siegpunkte und dann werde ich ihn hier hinsetzen und ich glaube ich habe jetzt dadurch dass Personal ausgerufen ist habe ich natürlich neun Bewegungsaktionen frei ich brauche nur eine nämlich hier rüber und das kostet mich auch nichts in der Aktivierung aber es hat ihm zehn Siegpunkte gebracht dann werden wir dann werden wir jetzt was anderes wählen wir können nämlich jetzt wieder drei Projekte bauen und das müssen wir glaube ich auch tun aber wir haben keine Warenwürfel die brauchen wir zuerst das heißt wir müssen was anderes machen wir bräuchten eigentlich zwei vier fünf Warenwürfel wir haben zwei wir müssen also eigentlich hingehen und und uns Warenwürfel organisieren das sind die beiden die das können jeweils drei dann müssen wir also Verwaltung wählen genau das macht er als nächstes aber auch das läuft natürlich wieder sehr unglücklich für uns dann werden wir was können wir denn noch machen wir können jetzt noch theoretisch Forschung und Entwicklung betreiben das werden nochmal neun Aktionspunkte das wird uns hier sieben oder hier fünf Punkte wir würden uns drei Warenwürfel bringen danach könnten wir bauen aber das dann sind wir erst später dran mit wählen wieder falsches Timing das wird kein gutes Spiel was die Punkte angeht wenn wir Verwaltung machen nimmt er sich das hier nimmt er sich Abteilungen kann er gerne tun bringt ihm aber auch Siegpunkte das ist das Problem uns bringt das die Warenwürfel er wird dann aber Verwaltung machen und dann bringt es uns gar nichts wir machen was anderes wir machen Forschung und Entwicklung im Westen drehen wir mal um Forschung und Entwicklung das ist ein Spendenfeld hier ganz rechts ist sowohl Spende als auch Westen das heißt er spendet auch bei Bauprojekte können wir spenden ja wir könnten spenden unsere zweite Spende würde uns 10 Geld kosten die Frage ist wo wir spenden können und wollen wir sind mit zwei Projekten im Osten zwei Projekten im mittleren Westen einem vielleicht dann später drei Projekten im Süden und wollen noch in den Westen aber das bringt nicht viel ich suche noch nach attraktiven Spendenfeldern wir nehmen mal die Kombination aus Wohn- und Finanzprojekten so gespendet haben wir jetzt kommt der Westen der bringt mir wenn ich ihn zurückrufe zwei Siegpunkte das mache ich und der Junge kommt hier hin ja und jetzt habe ich wieder neun Forschungs- und Entwicklungspunkte das heißt ich mache hier fünf dann kriege ich sofort drei Warenwürfel und jetzt habe ich noch vier Punkte übrig da kann ich nicht mehr weiter hier bin ich schon ganz oben hier wären es zwei Punkte die nehmen wir auch und da gebe ich hier nochmal zwei aus um hier eine weiter zu kommen so jawohl aktivieren kann ich keinen er macht jetzt Verwaltung das ist hier Spende und mittlere Westen mittlerer Westen da ist niemand aber Spenden tut er und zwar auf die sieben Punkte das ist besetzt damit rutscht er hier rüber und jetzt macht er Verwaltung und nimmt sich drei Abteilungen das kann er mit einer machen und für die anderen beiden rutscht er rüber wir sind dran mittlerer Westen können wir keinen zurückholen Verwaltung haben wir diese zwei Mitarbeiter und können sie einsetzen und zwar tun wir das ich könnte sie beide im Osten einsetzen denn Osten könnte jetzt und von mir wird als nächstes Bauen gewählt werden und das wäre der Osten und dann würde ich hier entsprechend viele Siegpunkte bekommen 4 x 2 sind 8 Siegpunkte ja warum nicht hole ich die alle wieder was hole ich mir ich hole mir einmal 3 Warenwürfel und einmal 8 Geld so und jetzt geht's mit das war die Verwaltungsaktion aktivieren kann ich jetzt keinen damit rutscht er hier rüber er hat jetzt das Ende erreicht genau wie Forschung und Entwicklung das ist aber nicht weiter schlimm ihr werdet gleich sehen was passiert das ist gemacht die Lok kommt zurück ich kann wählen und ich möchte jetzt Bauen weil ich will diese 3 vielleicht 4 Projekte sogar entwickeln schauen wir mal ob das funktioniert das heißt ich werde jetzt Bauen wählen das ist im Osten wir gucken was er machen will Bauen heißt er nimmt in New Orleans und in Atlanta nur Leens und Atlanta nur Leens und Atlanta gut oder auch nicht wir werden sehen im Osten kann ich jetzt 4 Mitarbeiter zurücknehmen die kommen alle in die Empfänge und jetzt habe ich 2 Abteilungen Quatsch für die 4 Mitarbeiter kriege ich jetzt 8 Siegpunkte hier sind 14 und das was hier frei ist einen Warenwürfel 2, 3, 4 Geld ja 1, 2, 4 einen Warenwürfel und 4 Geld ok jetzt kann ich meine Bauaktionen auswerten da habe ich hier die 3 und hier einen wir schauen uns das hier an die kann ich einsetzen in die Region und dann jeweils ein Projekt dort gegen Warenwürfel finanzieren so das heißt ich möchte eigentlich einen einsetzen in den Süden und ein Immobilienprojekt in New Orleans finanzieren das kostet einen Würfel dann möchte ich noch einen Mitarbeiter einsetzen in den Süden und ein Finanzprojekt gegen einen Warenwürfel in Houston finanzieren und damit sind wir durchverbunden diese 3 Städte New York, Chicago und New Orleans das passt jetzt müssen wir noch in den Westen das kriegen wir aber auch ein bisschen hin jedenfalls zumindest den Anfang wir setzen ihn in den Westen und und finanzieren ein Industrieprojekt in San Francisco ja das kostet 2 Warenwürfel ok zack aktivieren können wir keinen er wählt etwas dann werden wir sehen was er tun muss er wählt Verwaltung so wir sind also hier damit wird eigentlich wird das nächste gewählt Moment wir sind noch nicht fertig wir sind noch nicht fertig mit dieser Aktion wir können ja noch hier einmal bauen wir können ja hier noch einmal bauen und zwar werden wir gegen 3 Geld und einen Warenwürfel noch ein Finanzprojekt in Denver entwickeln dafür müssen wir keinen Mitarbeiter entsenden das ist diese Abteilung die uns das ermöglicht nur gegen Geld und Warenwürfel entsprechend ein Projekt zu bauen ganz wichtig jetzt wählt er Verwaltung und jetzt müssen wir gucken was genau passiert ich lese es euch nochmal vor nicht dass ich euch das Falsche erkläre wenn man das letzte wenn man ein Projekt wählt das aber schon durch 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 entwickelt ist sozusagen das ist hier du kannst jede Aktion wählen auch wenn sie das letzte Feld erreicht hat auch dann wird der Zeitplanmarker rechts neben dem Aktionsstein platziert das machen wir hier aber zusätzlich wird der Aktionsstein der direkter drunter liegenden Zeile umgedreht so 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 aquí so jetzt muss ich mal weiter gucken Das Einkommensereignis ist jetzt dieses hier, was ausgewählt wird. Die Aktion, die durchgeführt wird, ist aber Verwaltung, weil die ja gewählt wurde. Das heißt, das Einkommensereignis ist jetzt der Süden. Da kann ich alle drei zurücknehmen, bekomme zwei Siegpunkte mal drei Leute, das sind sechs Siegpunkte. Da habe ich fast alle meine Mitarbeiter wieder im Unternehmen. Und ich bekomme zwei Warenwürfel, zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun Geld. Neun Geld. Neun Geld und zwei Warenwürfel. So. Das war die Aktion Süden, das Ereignis Süden, was ausgelöst wurde. Aber jetzt kommt die Aktion Verwaltung. Da macht unser Gegner, er möchte drei Abteilungen aus Forschung und Entwicklung nehmen, das kann er nicht. Seine Karte rutscht drei Felder weiter. Wir sind dran mit Verwaltung, da haben wir tatsächlich keine aktive Abteilung, die wir nutzen können. Wir können nichts tun, da sind wir leider leer ausgegangen. Aber wir können auch keine Entwickler machen, das heißt, der rutscht jetzt vor. Der kommt zurück, denn das Ereignis wurde ja schon ausgelöst. Wir sind gleich durch mit dem Spiel. Noch zwei Züge. Ich kann jetzt wählen. Und was ich eigentlich wählen müsste, ist wieder, ich muss noch zwei Projekte bauen. Das wird nicht funktionieren. Wir werden das nicht fertig kriegen, denn ich kann jetzt nur noch ein Projekt finanzieren. Und um dann Neues zu machen, müsste ich Forschung und Entwicklung bauen. Und um das bauen zu können, müsste ich eigentlich nochmal Personal machen, um die Mitarbeiter dahin zu bewegen. Denn hier kann ich nur ein Projekt bauen. Das kann ich hier tun, das ist dieses. Dann kann ich mir maximal noch etwas suchen, wo noch irgendwo, keine Ahnung, in Albany oder sowas nochmal drei Siegpunkte nachher holen. Das könnte ich tun. Aber ich kann nicht mehr, ich brauche nicht mehr versuchen, diese Städte zu verbinden. In L.A. könnte ich mir auch nochmal drei Siegpunkte holen. Also bauen kann ich nochmal machen, um mir drei Siegpunkte zu holen. Ich muss dafür keinen Mitarbeiter hier haben. Es reicht es, ihn hier zu haben. Tja, eigentlich müsste ich jetzt bauen, denn ich habe Geld. Auch für eine Spende hätte ich jetzt kein Geld. Doch, 15 Geld habe ich für eine Spende. Ja. Und wir bauen ein Projekt und holen uns die drei Siegpunkte in L.A. Da muss ich nämlich keinen Mitarbeiter entsenden. Ja, kriegen wir hin. Obwohl, wartet mal. Er hat gespendet in den Westen. Vielleicht hole ich mir die drei Siegpunkte doch besser in Albany. Oder in Boston. Hm, wir werden schon. Ich wähle bauen. Das ist das Ereignis Süden. Was macht er, wenn wir bauen? Ach nee, das ist auch sein starkes Ding. Ja gut, lassen wir ihn das mal machen. Wir gucken mal. New York macht er zu. Chicago. New Orleans. Und San Francisco. Let's go. Okay. Es ist auch ein Spendenfeld. Er spendet auf dieses. Und ich kann spenden. Für 15. Denn jede weitere Spende kostet immer mehr Geld. Aber ich spende auf diesen Bereich. Das sind nochmal zwölf Siegpunkte. Weil ich in jedem Transportbereich auf dem Lokomotiven, in der Lokomotivenentwicklungsstufe bin. Das funktioniert also auch. Und jetzt kann ich einmal bauen. Nämlich das letzte Projekt, was ich habe, gegen zwei Warenwürfel. Und drei Geld. Kann ich jetzt ein Projekt irgendwo bauen. Und zwar ein Industrieprojekt. Das würde ich gerne bauen. Das ist eigentlich völlig egal. Und hier bringt es mir nochmal Punkte. In Albany. Gut. Und damit rutscht das hier nach vorne. Das wird umgedreht. Die Lok kommt rum. Andrew hat seine letzte Aktion. Das ist eine mir unbekannte. Auf jeden Fall wird gleich der Osten ausgelöst. Und es ist Forschung und Entwicklung, was gewählt wird. Im Osten habe ich keinen Mitarbeiter, den ich zurückrufen kann. Und forschen und entwickeln. Ein bisschen was können wir machen. Was macht er? Er macht viermal Osten. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. Das heißt, das hat er uns weggenommen. Das hat er uns weggenommen. Woanders stehen wir schon. Das heißt, wir können hier nichts mehr machen. Wir können nur noch hier etwas tun. und haben neun Entwicklungspunkte, die wir machen können. Vier geben wir hier aus. Vier geben wir hier aus. Und zwei geben wir hier aus. So, das macht das. Und jetzt hätten wir noch einen Punkt. Den haben wir nirgendwo mehr. Ja, damit sind wir Wir können jetzt Genau, Osten ist gemacht. Der rutscht weiter. Und das Spiel ist fertig. Ja, das war's. Ihr seht, ich habe zwar jetzt bereits 20 Punkte. Aber das heißt noch lange nichts. Denn jetzt kommt eine Endwertung und die wird erst für den Bot für Andrew gemacht und dann für uns. Wir schauen mal, was Andrew an Punkten kassiert. So, jede von Andrews Aktionskarten ist so viele Siegpunkte wert, wie die Siegpunktkarte, unter der sie liegt. Die hier alle nichts. Dann hat er hier 20 Punkte. Hier hat er noch mal 1, 2, 3, 4 mal 6 sind 24. Dann hat er hier noch mal 6 sind 50. Hier hat er noch mal einen. Damit sind seine Karten gewertet. Dann jedes Abteilungsplättchen zählt in 2 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 2 sind 18. Das heißt, wir geben ihm 20 und ziehen 2 ab. Dann jede von Andrews Scheiben, die das letzte Feld einer Transportleiste erreicht haben. Jawohl, das sind 2 Stück. zählen 6 Siegpunkte. Das sind noch mal 12. 2, 10. So. Andrews Projektscheiben zählen so viele Siegpunkte, wie die Städte, in denen die Projekte realisiert wurden. 0 bis 3. Das heißt, wir haben 3. Die Frage ist, zählt jetzt jede einzelne Scheibe? Also sind das hier 9 Punkte? Oder wir gucken mal, was bei der normalen Wertung ist. Ja, für jedes realisierte Projekt. Das sind viele Punkte. 3. Fangen wir damit mal an. 1, 2, 3. Jetzt machen wir mal den Süden. Das sind 9. Und 4 sind 13 Punkte. 1, 2, 3, 13. Jetzt haben wir den Süden. Jetzt machen wir den Osten. Das sind 3 Punkte. Das ist er genau auf 100. Jetzt haben wir noch den mittleren Westen. Das ist hier kein Punkt. Da sind es 3, 5, 7, 8. 108. Jawohl. So, und was sind jetzt seine Spenden? Werden so gewertet, als hättest du sie geleistet. Wenn du zum Beispiel 5 Projekte in der Region Westen realisiert hast und Endro eine Scheibe auf der Spende hat. Okay, das heißt, wir müssen schauen. 3 Punkte pro Verwaltungsabteilung. Wir haben 1, 2 Verwaltungsabteilungen. Sind für ihn 6 Punkte. 3 Punkte pro Bauabteilung. Wir haben Konstruktion 1, 2. Sind nochmal 6 Punkte. Wir haben 120. Er hat uns genau über 100. 4 Punkte pro Industrieprojekt. Da haben wir keines. 1 Punkt pro aktiven Mitarbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Und 2 Punkte pro Projekt im Westen. 1, 2 sind 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. 130 Punkte. Hat Endro jetzt gemacht. Und wir liegen mit 20 Punkten im Moment 110 Punkte hinter. Jetzt gucken wir mal, ob wir die in der Endwertung aufholen können. Und das steht hier. 1 Punkt pro aktive Mitarbeiter. Das haben wir eben gesehen. Sind 6 Punkte. Die kriege ich auch. Ich kriege 2 Punkte und 3 Punkte für die jeweiligen Abteilungen. Das heißt, ich kriege 2, 4, 6 und nochmal 6 Punkte. Das sind 12 Punkte für die Lage der Abteilungen. Dann kriege ich Siegpunkte aus den Projektstreifen. Die habe ich hier nicht sichtbar. Deswegen kriege ich da keine. Jetzt kommen die verbundenen Städte. Das ist also sehr schön. Hier auf dem Plan alles markiert. Diese Entwertung. Die verbundenen Städte sind hier oben in der Tabelle. Wir haben verbunden New Orleans, Chicago, New York. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Verbindungspunkte. Da liegen die anderen beiden. Die haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben also 3 Verbindungspunkte und sind aber in den Regionen, in den beteiligten Regionen, überall auf dem Lokomotiven-Status. Das heißt, wir kriegen die 18 Punkte. Das sind 2, 12, 17, 18. Jawohl. Das passt. Dann kriegen wir die Siegpunkte pro Stadt, auf der wir Projekte haben. Oder für jedes Projektplättchen. 3, 5. Für den Westen. 6 für den Süden. 61, 67. Dann haben wir 2, 5. Für den mittleren Westen. Und jetzt haben wir 2, 5, 8. Für den Osten. Da sind wir bei 80 Punkten. Und jetzt kommen noch unsere Spenden. Da kommen noch ein paar Punkte zusammen. Wir haben 3 Punkte pro Personalabteilung. 1, 2, 3, 4. Mal 3 sind 12 Punkte. 10, 12. Jawohl. 2 Punkte für jedes Wohn- oder Finanzprojekt. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 2 sind auch 12. 2, 404. Wir sind also mindestens wieder zurückgerundet. Immerhin. Dann haben wir 3 Punkte für jede Transportleiste, in der wir auf dem Lokomotiven-Status stehen. Und das sind alle 4. Das sind wieder 12 Punkte. Da holen wir gerade das Maximum raus. 10, 16. Und das war's aber. Das heißt, wir haben verloren. Aber tatsächlich habe ich noch nie so knapp verloren, auf diesem Schwierigkeitsgrad. Wir sind mit 130 zu 116 nur 14 Punkte hinter. Ja. 14 Punkte. Und wenn ich einmal seine... Ich hatte, glaube ich, ein oder zweimal seine starke Aktion gewählt, wo er dann 10 Siegpunkte gemacht hat. Das war also ein deutlich engeres Spiel als meine letzten Spiele. Verloren habe ich trotzdem. Aber ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck von diesem Spiel. Carnegie im Solo-Modus. Es ist von... Ja, ich habe es noch gar nicht gesagt, von wem es ist. Im Pegasus-Verlag erschienen Xavier George oder Javier Jorges. Je nachdem, ich weiß gar nicht, welcher Nationalität dieser Kollege ist. Viele haben sich vielleicht schon gedacht, das Design ist von Ian O'Toole. Das kann man so erahnen zumindest. Eine Leihgabe ist das Spiel. Das habe ich mir von Stefan geliehen. Der bekommt das morgen zurück. Am Tag vom Tag der Aufnahme ausgesehen. Dann kriegt er das morgen zurück. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich das Video jetzt noch gedreht habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Verloren habe ich zwar, aber das macht ja auch nichts. Das ist nicht das Ziel des Spielens. Das Ziel des Spiels ist es zu gewinnen. Aber das Ziel des Spielens ist es nicht, jedes Spiel zu gewinnen, das man spielt. So rum. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus. Bis dahin, euer Spartakus.